Und damit moin moin und herzlich willkommen am Sonntagnachmittag zu Hardcore Colonization mit Kaffee und vielleicht bei euch auch ein Stück Kuchen. Ich kann nichts essen, ich muss streamen. Das spricht sich immer so ein bisschen undeutlich, wenn man den Mund voll hat. So und wir machen heute weiter mit unserer Evakuierung des Krankheitsfalles und meiner ganz persönlichen Rückkehr zum Kerbel Space Center von Minmus. Die Tankbasis sieht soweit ganz gut aus. Das scheint alles zu funktionieren mit dem Fuel und Personentransfer. Dann nähern wir uns langsam aber sicher auch, ich glaube, der unter 100 Tage Marke für 117 Tage noch für die Mission Toduna, wo unser Hover Rover Testkonzept dann langsam mal ankommt. Ja, gucken wir mal, wie weit wir heute kommen. Jetzt aber erst mal ein ganz liebes Hallo an den Micky, an den Jojongs, an den Navis, den Dalaxa, den Mimir, den Toaster Scharabelpablone und den Klims und natürlich an alle, die es bevorzugen, im Chat sich nicht zu Wort zu melden. So und guckt mal, was gestern Lustiges passiert ist. Da drüben könnt ihr es sehen. Guckt mal, wer mein letzter Subscriber ist. Das ist in der Mitte diese kleine Krone. Also der war natürlich nicht persönlich hier, sondern man kann scheinbar Abos mittlerweile verschenken. Und irgendjemand fand es gestern witzig, Gronkh ein Abo zu schenken. Mal gucken, vielleicht kommt er irgendwann mal vorbei, wenn er echt nichts Besseres zu tun hat. Ich denke, wir können das großflächig ausschließen, aber sehr witzig. Also der nächste von euch, der ein Abo da lässt, kann Gronkh verdrängen als letzten Subscriber. Das ist doch mal ein Anreiz oder halt auch ein Hindernis. Das müsst ihr bewerten. So, wir haben jetzt sieben Tage, bis die Viper 1 ankommt. Das ging schnell. Dankeschön, lieber Thorsten und Dankeschön für den dritten Monat in Folge und Grüße zurück nach Mainz. So, wir gucken mal kurz, bevor wir mit dem Shuttle rumfliegen. Das könnten wir heute mal erledigen. Okay, wir sind tatsächlich relativ voll mit Verträgen. Also, den Medical Emergency, den machen wir gerade. Wir holen gerade das zurück. Hier müssen wir echt mal gucken, wie wir das machen. Ich befürchte, ich brauche da mal eine, ja wie soll ich sagen, Stockprobe mit Stockbohrern, die stockmäßig Erz abbauen. Ich vermute, dass es deshalb sein muss. Das können wir vielleicht mit der, mit dem Science-Kram mitnehmen. Und jetzt gucken wir aber erst mal, jetzt gucken wir erst mal eins nach dem anderen. Denn wir haben als allererstes mal diesen Shuttle-Flug. Wobei wir hinter den Shuttle-Flug natürlich, wie seht ihr das, wollen wir hinter den Shuttle-Flug gleich mal das Science-Lab hinterher schicken. Das würde ja prinzipiell Sinn machen. Die SCP-Station haben wir jetzt auch da. Wir können ja mal kurz gucken, wie das mit den Landebeinen aussieht. Was ich mich frage, ist, ob ich schon richtige Landebeine habe. Und moin auch an den Agena und den Emojack. Schön, dass ihr da seid. So, ich gucke mal kurz. Ich habe übrigens heute, es gibt jetzt total abgefahrene neuen Kram bei Twitch. Ich habe jetzt eine Achievements-Zusammenfassung. Das ist total cool. Und da stehen so Sachen drin. Weg zum Partner zum Beispiel. Also irgendwie Weg zum Affiliate. Und es beginnt, habe ich abgehakt. Das sind so Achievement-Strecken scheinbar. Und Weg zum Partner habe ich von drei Achievements, die ich brauche, zwei erfüllt. Und das dritte Achievement ist bei 56 Prozent. Und daran wird es scheitern. Wer beobachtet die Zuschauer? Stufe 4 ist das. Da muss man erreiche innerhalb von 30 Tagen einen Durchschnitt von 75 Zuschauern. Ich habe euch jetzt offiziell vorgelesen, warum ich niemals Twitch-Partner werde. Aber wenn man die drei erfüllt, dann kann man tatsächlich scheinbar jetzt einfach, dann weiß ich nicht, ob man einen Knopf kriegt oder einen jemand anruft und herzlich gesagt, herzlichen Glückwunsch, die sind jetzt Partner geworden. Aber wenn ich in 30 Tagen 75, im Durchschnitt 75 Zuschauer habe, wann immer ich streame, dann habe ich es geknackt. Dann bin ich offiziell Twitch-Partner. Wissen wir alle, dass es nie passieren wird? Zumindest nicht in absehbarer Zeit. So, ich wollte jetzt mal nach Beinen gucken. Ne, die Beine habe ich noch nicht. Genau, jetzt fehlen nur noch die 75 Zuschauer. Also falls ihr noch Freunde habt, die am Sonntagen, Dienstagen nichts Besseres zu tun haben. Ihr wisst ja, wie ihr denn die Twitch-App installiert. Die können den Ton auch ausmachen und es in die Ecke legen. Ich vermute, das reicht. Ich brauche irgendwie andere Landebeine, um das sinnvoll hinzustellen. Wo gibt es denn sowas? Wo würdet ihr Landebeine reinpacken, wenn ihr Landebeine irgendwo hinstellen müsstet? Rührt die Werbetrommel. Genau, das ist doch mal ein Aufruf. Rührt die Werbetrommel. Aber rührt nicht so fest, sonst übergibt sich die Werbetrommel. Heavy Landing. Auch nicht. Was ist das? Kranbeine. Ne, ich habe noch keine so richtig tollen, also ich habe auch keine Mittelguten. Landebeine dafür. Ach Hase, für dich mache ich mir 75 neue Accounts. Jetzt von nett zu creepy schon wieder in zwei Sekunden. Danke Jack. Ich gucke mal, ob ich das gebaut bekomme. So ein Labor, das kann ja eigentlich so schwer nicht sein. Wir können natürlich die gute alte Turmbauweise ansetzen. Ehrlich gesagt würde ich das aber gerne vermeiden. Also es geht darum, wir müssen... Was denn hier passiert? Was ist denn das für Zeug alles? Habe ich so viele Experimente mittlerweile? Das ist ja erschreckend. Wir müssen das Ding hier irgendwo hinbringen. Oh, das kann man runterskalieren. Lasst uns doch das kleinste Labor aller Zeiten einfach mitnehmen. Das ist bescheißen, oder? Das ist wirklich bescheißen, wenn man es so macht. Schade, aber guck mal. Das ist ein Mini-Labor. Die werden jetzt so klein produziert. Da kommen auch nur kleine Körbels rein. Wir suchen ab jetzt nur noch Wissenschaftler, die unter 1,20 groß sind. Ähm, ja. Gut. Also das da müssten wir irgendwie zu einem Teil der Basis machen. Also der einfache Weg wäre natürlich einfach zu sagen, hier, zack. Und das wird unser Labor. Ähm, schade daran wäre, das hat jemand noch kein Bild. Eigentlich haben alle Bilder. Da musst du vielleicht mal neu laden. Ähm... Zack. Aber das wäre natürlich wieder so dieses, äh... Dieses... Türmchenbauweise. Das wollte ich ja eigentlich vermeiden, ne? Hm. Gibt's irgendwie ein Science Lab, das flach ist? Läpp, läpp, läpp. Ich hab ein Bild. Ich hab noch kein Bild als Autogramm. Discovery. Nominal Miko. Olms 1. Not required. Vielen Dank, lieber Mimir. Danke für die Bits. Und jetzt fängt er auch noch mit Kinderarbeit an. Nein, ich hab das ja gar nicht vor. Aber ich glaube, anders kriege ich ein Labor im Moment nicht hingestellt als so. Nicht sinnvoll zumindest. Hm. Weiß ich nicht, ob mich das glücklich macht. Macht mich das glücklich? Es hat mich gefälligst glücklich zu machen. So. Äh... Utility. Nee, ich suche Coupling. So. Zack. Ich glaube, wir machen einfach... Ja. Es passt schon. Äh... Könnten noch... Wartet mal. Aus rein optischen Gründen so tun. Zack. Dann ist noch ein hübsches Dach drauf. Hopp. So. Bei den Kolonisierungssachen gibt es einen Teil. Das kannst du an der Seite anbringen. Ja, aber... Oh. Das meinst du, oder? Das sieht ja sehr... Oh, warte mal. Wie funktioniert das? Ähm... Schöner Hinweis. Sowas in die Richtung hätte ich gesucht. Oder habe ich gesucht. Jetzt habe ich auch was gefunden, glaube ich. Äh... Warte mal. Also, der Plan wäre zu sagen... Död. So. Ein Cut... Hocher. Was? Mist. Das wäre gut gewesen, wenn das hier funktionieren würde. Eine Kategorie höher. Ich gucke gleich. Aber was ist das? What the fuck? Das ist genau, was ich will. Äh... Also, wenn es funktionieren würde. Eine Kategorie höher. Hier ist... Nix. Ich weiß nicht, was du meinst. Das gelbe. Das hier meinst du, oder was? Deswegen? Ich verstehe noch nicht, worauf du hinaus willst. Also, du meinst ein Comlab. Aber... Was... Warum Comlab? Worauf willst du hinaus? Ich muss mal ganz kurz was probieren. Wartet mal. Das sieht doch ganz cool aus eigentlich. Lower. 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 Das Comlab. Ist ein Science Lab. Das steht da tatsächlich. Jetzt verstehe ich, worauf du hinaus willst. Das wäre ja... Ich meine... Ist auch nicht besonders groß. Moment. Ich lese den Vertrag nochmal, äh... Ganz kleinteilig durch. Das wäre natürlich, äh... Sehr interessant. Ja, ist ja egal, ob das nur 150 Punkte hat. Wir können ja nach und nach die Science da durch prozizieren. Ähm, ich kann die Science Experiment ja im Gebäude speichern. Aber er sagt, glaube ich, exakt das, ne? Science Expansion. We have a Science Lab with module Science Lab. Jetzt ist die Frage... With module Science Lab. Hm... Schauen wir mal. With module Science Lab, sagt er. Also das ist das genaue Wording. With module Science Lab. Das kleine wäre natürlich genial. Das würde... Dann können wir irgendwas Sinnvolles da hochschicken. Ja, ja. Ich teste es jetzt auf dem Launchpad. Äh... Das wäre jetzt auch so mein Plan. Ich gucke nur noch mal ganz kurz, wie das Ding hier genau heißt. Es heißt nämlich auch nicht Science Lab. Und damit ist es eigentlich schon geritzt. Das muss funktionieren. Weil ich wollte nur gucken, wie das hier heißt. Aber das heißt Mobile Processing Lab MPLLG2. Und damit muss er sich auf das hier beziehen. Und damit muss das andere funktionieren. Es muss funktionieren. So, aber wir testen es. Also unabhängig davon testen wir das trotzdem. Nur weil ich behaupte, dass das gehen muss. Äh... Sehr schöne Idee. Äh... Dankeschön Kalimi für den... Für den Tipp. Du hast da in eine ganz andere Richtung gedacht als ich. Weil ich habe nach irgendwas gesucht. Sowas hier, ne. So im Sinne von, wie kriege ich das ordentlich hingestellt. Aber das ist natürlich eine schöne Idee. Da einfach stumpf zu... Ah gut, da muss ich irgendwas Ranger-Kompatibles nehmen. Äh... Äh... Ranger-Kompatible... Kolonisation... Bla... 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 Rover... Sachen. Äh... Äh... Karibu... Äh... Expeditions... Äh... Rover-Ding. Zack. Tj, vielen Dank für deine Resubscription im vierten Monat, wenn ich das richtig sehe. Und du votest für mehr Lampen und Leiter am Länder und die Antenne nicht vergessen. Oh, ich bin mir nicht sicher, ob ich solche Wünsche für ein lausiges Abo erfüllen kann. Ich meine, das ist ja schon echt... Was willst du als nächstes? Den Weltfrieden? Du kannst dir nicht immer so unmögliche Dinge wünschen. Haha... Haha... Nein, vielen lieben Dank. Ähm... Ich gebe mein Bestes und werde mich bemühen, auch weiterhin keine Lampenleitern und Antennen anzubauen. So... Äh... Gut, dann testen wir das mal. Also... Äh... Ich setze ja jetzt mal einfach der Form halber auch einen Wissenschaftler rein. Bob. Er hat eigentlich gesagt, dass du da rein darfst. Meine Güte, habe ich viele Leute hier. Äh... Shit, ich habe überhaupt keine Piloten mehr. Ich muss, glaube ich, bald mal wieder einen Piloten einstellen. Wenn das so weitergeht. So, das testen wir jetzt mal. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Das wäre ja easy peasy. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das ja quasi mit dem Shuttle mitfliegen können. Der eine Kerbel-Ingenieur hat dem anderen eben... Kui, du sollst auf die Raketen gucken. Nicht auf die kleinen Kerbels, was die da so treiben. So... Äh... Ja, Testphase läuft. Was ist hier passiert? Ja, der Eagle hat ganz offensichtlich gelandet. Erstmal vielen lieben Dank Cleems für deine Subscription für den fünften Monat in Folge. Respekt. Auch da nähert sich jemand dem halben Jahr. Ja, unser Testobjekt ist einfach stumpf auf dem Launchpad umgekippt und hat damit scheinbar den Vertrag erfüllt. Also wie ihr seht, Science Expansion von Minimo Space Alpha. Der reine Wille hat... Also das Spiel hat sofort erkannt, dass es keine Chance hat dafür zu sorgen, dass ich das nicht umgesetzt bekomme. Und hat mir das sofort gut geschrieben. Als Erfolg. Ich kann das verstehen. Ähm... Aber jetzt... Also... Wir behalten mal im Kopf, dass es cool wäre, so ein Labor da noch hochzubringen. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich mal... Ich gehe jetzt mal zu Minimo Space Alpha. Ich bin völlig überzeugt, ich weiß, warum der Vertrag getriggert hat. Weil wir dieses Ding schon an der Basis haben. Es ist schon längst dran. Ich habe damals nur den Vertrag nicht gehabt. Und deshalb war jetzt die letzte noch offene Bedingung erfüllt, dass ich nämlich eine neue Vessel damit starte. Garantiert. Ich gebe euch Brief und Siegel, dass das oben schon dran ist. Und dann brauche ich dann nur noch... Mir war nur nie bewusst, dass es ein Science Lab ist. Ah, Thorsten bestätigt das auch. Und deshalb... Also ich denke, dass... Ich denke, es ist gar nicht in dem Sinne buggy. Sondern hätte ich vorher in den Vertrag reingeguckt. Wäre bei... Ich habe das an Minimo Space Alpha angebaut. Da wäre schon längst ein Häkchen gewesen. Weil es ist schon dran. Mir hat nur noch die Vertragsbedingung New Vessel gefehlt mit so einem Ding. Und die habe ich gerade eben aus Versehen erfüllt durch das Testen. Ähm... Aber diese Theorie überprüfen wir jetzt mal kurz. Aber wenn der Thorsten sich da auch schon sicher ist, bin ich ganz zuversichtlich, dass ich mir das nicht einbilde. Ja, ja, genau. Ich habe das als Kommenstelle angebaut. Genau. Denke ich nämlich auch. Und zwar an dem Gebäude ganz links, meine ich, habe ich das dran. Ich meine, da habe ich es an das zweite flache Gebäude, was ich mitgebracht habe. Ganz links. Da habe ich das zum Turm, zum Initialturm hinzeigend angebaut. Ziemlich sicher. Aber gucken wir mal. Ach so, übrigens, wenn ihr euch fragt, ne? Ähm... Weil ihr ja immer alle fleißig resubbt und so weiter. Ich habe... Das da oben zählt deswegen nicht mit, weil das dreht sich um neue Subscriptions. Also von Zuschauern, die noch nicht subscribed haben auf diesen Kanal. Dementsprechend war die 50 auch etwas optimistisch. Muss ich mal so mit Blick auf den Kalender feststellen. Also nicht wundern, dass eure Subscriptions da nicht hochgezählt werden. Das heißt natürlich nicht, dass eure Subscriptions nicht wichtig sind. Im Gegenteil. Ich freue mich sehr über eure Resubscriptions. Auxiliary Control. Ne, ist doch ein anderes. Ähm... Aber deshalb zählen die nicht hoch. Aber da ist es. Ach, ist sogar auf dem ersten Modul. Also auf dem Gewächshausmodul dran gewesen. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Wir können einfach rum-scienceen, wie du bekloppt. Haben wir hier einen Scientist irgendwo? Wo sitzt du? Wo zur Hölle bist du? All hatches obstructed. Wo zur Hölle wohnst du? Kami, da ist er. Ja, wir können einfach anfangen mit Wissenschaft. Wo sitzt Marvel drin? Marvel sitzt ganz oben. Warte mal. Kami hat einen Stern? Ne, auch beide zwei Sterne. Ja, Kami oder Marvel. Kami oder Marvel. Ich muss mal... Kami sitzt aber eh schon da dran. Den kann ich gleich rüber transferieren. Er hat den kürzesten Weg. Transfer. Cool. So, damit ist Kami drüben im Science Lab. Nehme ich mal an. Ja, das hat funktioniert. Sehr schön. Gut, dann können wir jetzt ja so Dinge wie ein Crew Report und solche Geschichten da einfach mal rein speichern. 34 Data. So. Und... Start Research. Ha! Total verrückt. Also es ist jetzt nicht besonders toll als Science Labo, aber es ist... Nebenbei kommt halt Wissenschaft rein. Also ich meine... Wie viel besser kann es noch werden? Ähm... Haben wir irgendwo noch Wissenschaftsexperimente, die wir hier durchführen können? Surface Sample. Warte mal. Zack. Experiments available on this vessel. Crew Reports. EFA Reports. Surface Samples. Hm. Okay. Das ist zugegebenermaßen relativ dünn. Ähm... Aber... Das können wir zumindest mal einsammeln, das was wir machen können. Und das übernimmt mal der Marvel, weil eigentlich kriegen Wissenschaftler da ja theoretischen Bonus drauf. Ah, aber der fällt mir gerade ein. Äh... Da wollte ich nicht hin. Können wir hier bitte mal... Ihr besitzt doch theoretisch Licht, oder? Benutzt es doch einfach mal. Wie schön ist das denn? Wo ist denn da die Lampe? Ah... Ah... Das muss ich auch mal umbauen. Das müssen wir ein bisschen taktisch intelligenter beleuchten hier. Also ich werde gleich noch, wenn ich mit Marvel die Science Sachen gemacht habe... Ähm... Mit dem Ingenieur kurz mal die Lampen ein bisschen taktisch umplatzieren, um hier mehr Gelände zu beleuchten. In der Nacht. Jetzt können wir das ja gerade mal schön testen. So, als allererstes machen wir mal einen EVA Report. Keep Experiment. Und... Dann... Dann... Dann holen wir uns einen... Dingsbums. Eine Bodenprobe. Uh... Bremsen. So... Take Surface Sample. Zack. So, die packen wir da jetzt rein. Und dann machen wir nochmal einen EVA Report mit landed at. Und... Dann müssten wir eigentlich... Erstmal... Ein bisschen was haben. Zack. Stor. So... Dann müssten wir hier einen... Ja. Zack. Stor. Sehr schön. Dann rein da. Genau. Die Bodenexperimente... Ähm... Sind noch eingelagert. Ähm... Die senden ihre Sachen aber nur automatisch, wenn ich es einschalte. Das heißt, die können wir dann schon noch aufbauen. Und ich lasse dann einfach ausgeschaltet und... Plündere die dann einfach mal. Das ist auch eine schöne Idee. So. Reviews.Data. EVA Report. EVA Report. Mal gucken, ob wir den noch reinkriegen. Aber ich glaube noch nicht. Ne. Okay. Also den... Die Bodenprobe noch nicht. So, dann haben wir jetzt hier nämlich schon mal... 133 von 150 Signs drin. Das macht immerhin einen Signspunkt pro Tag. Und das ergibt jetzt die Möglichkeit, dass wir hier einen neuen Alarm hinzufügen können. Nämlich, wenn unsere Signs bei 250 angekommen ist. Achso. Set to Max hätte es auch einen Knopf gegeben. In 285 Tagen ist das nämlich der Fall. Sehr schön. Gut. Gut. Also irgendwann müssen wir mal noch ein großes Labor hierher bringen. Aber das tut es ja für jetzt erstmal total. Und jetzt nehmen wir uns mal den Luca, glaube ich. Na ja. Den Luca zur Brust. So. Hast du den Schraubenzieher mit dabei? Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Ich will jetzt mal, wie gesagt... Wir werden ja öfter auch mal was in der Nacht machen müssen. Und wir haben hier Lampen. Und das wäre ja total cool, wenn wir sie sinnvoll benutzen würden. Und nicht quasi den Boden vor unserem Container beleuchten. Also nur den Boden vor unserem Container. Das ist ein bisschen wenig. Ähm. Ich gucke hier nochmal rein. Ja. Das Sunflower Portable Light wäre auch mal eine Idee. Habe ich auch noch nicht benutzt. Ich weiß, dass das gibt. So. Das müssen wir irgendwann mal aufbauen. Aber da hatten wir gesagt, das machen wir, wenn es mal hell ist. Einfach damit die Anlage auch direkt arbeiten kann. So. Und jetzt gehen wir uns mal die Lichter hier klauen. Das sind nämlich insgesamt vier Stück. Ich glaube, wenn wir die intelligent platzieren, können wir relativ viel Ausleuchtung unserer Basis erlangen. Ähm. Wir müssen halt nur mal gucken, dass wir sie ordentlich hinbauen. Zack. Zack. Weil da machen sie... Also zumindest in der Form, wie sie jetzt angebaut sind, machen sie ganz wenig Sinn. War kürzlich schon mal eine Diskussion. Das Sunflower. Ja, da habe ich euch wohl ignoriert. Die Diskussion habe ich nicht mitbekommen. So. Das reicht erstmal noch nicht. Ist auch nicht so wild. So. Jetzt gehen wir mal die ersten Lampen anbauen. Also, ich würde nämlich hier oben gerne Licht platzieren. Denn von dort oben müsste ich eine relativ gute Ausleuchtung hinbekommen. ist meine Theorie zumindest zu der Sache. Und kann hier quasi so einen Leuchtturm draus bauen. Ach, das sind keine heißen Lampen. Das ist alles hypermoderne LED-Technologie. So. Jetzt lass mich mal gucken. Schlechte Idee. So. In die Richtung. Das heißt relativ exakt formell. Wir müssten vom Kegel her beginnen hier auszuleuchten. So. So. Lalalala. So. Wir wollen ein bisschen nach unten leuchten. Und los. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Mh. Mh. Mach diese Lampe an. Ja. Fast. Gut. Mist. Okay. Äh. Wir müssen ein bisschen weiter nach links leuchten. Bald kommt eine Shopping Mall daneben. Na, ich denke das kann ich mit gutem Gewissen ausschließen. Äh. 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 Ein bisschen weiter nach links. So. Ja. Ansonsten war es aber schon ganz gut. Ich geh noch ein bisschen tiefer. So. Äh. Jetzt ist es natürlich wieder aus. So. Ich glaub so passt es. Ja. Ich glaub dass die Lampen da oben echt mehr Sinn machen. Und ich könnte dann halt. Ich würde jetzt gerne mit den vier Lampen. Halt in alle Richtungen. Also die nächste kommt jetzt ein bisschen mehr hier rüber. Dann eine hier rüber. Und eine hier rüber. Sodass wir im Prinzip die ganze Basis. Und guck mal hier ist auch dann die Zufahrtsstraße aufs Landing Pad. Da will ich später eh noch ein bisschen mehr Beleuchtung hin machen. Ähm. Dass wir da nach und nach ein bisschen Licht drauf bekommen einfach ne. Ja. Weil die Dinger haben ja auch einen relativ breiten Leuchtkegel. Ja. Ihr seht's auch. Wir haben auch hier so ein sekundär Leuchtding. Also dann sieht man auf jeden Fall was. Äh. Zack. Äh. Dann nächste Lampe. Ich glaub das macht total Sinn. Und es ist ja auch nicht schwer umzusetzen. Das ist ja nicht so als ob wir nicht Lampen hätten. Wir könnten noch ein bisschen höher gehen eigentlich mit den Lampen. Und dann den Winkel lieber steiler machen. So. Mal gucken. Wie das funktioniert. Hervorragend. Taghelle Arbeitsmöglichkeiten hier. Meine Güte. Warum hab ich so lange gebraucht um auf diese Idee zu kommen? Sagt jetzt bitte nichts unfreundliches. So. ich glaube tatsächlich das wird richtig richtig gut deutlich besser als ich das erwartet hätte oh ja das ist ja aber wir bauen die anderen auch noch nach oben um da oben drauf machen die dinger ja richtig so super war wild war auf hier so rum zu spacken danke so ganz 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 großes kino hier funktionieren die dinger ja richtig gut so dann können wir mal gucken da haben wir jetzt einen relativ breiten winkel schon okay ja ich glaube so ist ganz gut jawohl perfekt guckt euch das an überschneidende lichtkegel jetzt machen wir noch die dritte die vierte lampe und machen einfach noch dass wir ein bisschen in richtung der basis noch was sehen guckt euch das an also diese basis kann man jetzt auch in finsterster nacht nicht mehr verfehlen und wenn doch ist das auf jeden fall nicht menschliches aber körperliches versagen auf ganzer linie sehr schön das ist doch mal das ist doch mal eine beleuchtung wie ich sie mir wünsche und ja ob man das vom orbit aus sieht müssen wir mit der nächsten landung dann mal verifizieren der rover hat noch lampen ja das fände ich auch ganz cool wenn der rover die lampen behält falls wir mal nachts rumfahren also da würde ich gerne schon dabei bleiben dass der rover lampen hat weil ich glaube im moment sind wir mit unseren vier lämpchen hier relativ gut bedient ich würde eher noch mal gucken ob ich noch irgendwo im inventory dinge rumliegen habe statt jetzt hier noch mehr sachen abzubauen also sachen die wir eventuell brauchen sieht aber ganz gut aus soweit ich gucke hier noch mal ins Inventar rein guck mal wenn jetzt hier noch die letzte lampe dazu kommt super genau und beim nächsten transport können wir noch also da würde ich dann vor allen dingen beleuchtung für ich hatte ja schon gesagt ich würde da hinten gerne so ein bisschen weiter externen großen also ein must im prinzip bauen da würde ich einen stahlträger oder sowas mitbringen und da dann lampen ran um um die landefläche auszuleuchten ne da sind auch keine drin okay sehr schön aber ist egal wir haben jetzt die eine lampe wenn ich die jetzt noch da oben aufbaue dann sind wir mittlerweile echt perfekt ausgeleuchtet und haben die ersten 30 minuten des streams ja wohl mal sowas von sinnvoll verbracht weil jetzt auch die dunkle zeit auf minmus eine nicht mehr ganz so dunkle zeit ist und wir auf der basis echt was treiben können also mal gucken also soweit drehen würde ich ihn nicht ich glaube so ist ganz gut ist ich glaube das passt ganz gut ich glaube das passt ganz gut schalten wir sie doch mal ein und gucken das passt so und jetzt holen wir den rover noch ran um einfach hinter dem gebäude also der turm ist ja jetzt so ein bisschen der dunkle spot noch ein bisschen licht zu schaffen der hat jetzt natürlich nicht so gigantisch viel strom aber für unsere zwecke wird es reichen ach guck mal da habe ich das erste mal mit rücklichtern gearbeitet scheinbar der hatte auch experimente ne da könnte man natürlich fürs labor dann auch noch schöne sachen machen ja ich denke mal also wenn wir an jeder ecke eine lampe bauen und da oben drauf dann müsste das ganz gut beleuchtet sein rund um die minmus space aber erst mal kann der rover da da kann der rover erst mal für einspringen solange ich die lampen noch nicht habe stimmt das sieht tatsächlich mit dem sternhimmel zusammen echt schick aus so guck mal so wird doch da ein schuh draus dann bleibt der rover einfach erst mal hinten stehen so wir gehen kurz noch auf die basis und meine hoffnung wäre jetzt dass ich einfach noch was vergessen haben nämlich können kein licht anmachen schade na gut so kann man nicht noch den landeplatz markieren irgendwie ja das später geplant hier vorne den landeplatz zu markieren aber jetzt gerade haben wir dafür keine ausrüstung so ich würde mal sagen der luke hat erstmal seinen job hier getan für das erste der kann sich jetzt wieder hinlegen und wir können uns um unsere shuttle fliegerei kümmern da sind ja gerade zwei von unseren lieben kollegen ach so und wir können natürlich mal gucken ob es einen neuen vertrag jetzt gibt zwei von unseren lieben kollegen sind ja gerade auf der minimus raumstation sind sie jetzt im moment und warten auf das shuttle das sie abholen soll um sie zur körbenraumstation zu bringen genau ähm jetzt gucken wir mal wir haben jetzt einen vertrag frei mhm 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 orbital survey of equal ttttttttt ah guck mal das würde ich jetzt gerne tatsächlich mal machen wollen wir mal zwei touristen zu Zwei Touristen, Urli und Du, Dudo, so, jetzt muss man kurz was nachgucken, ja halbe Mille ist eine halbe Mille, ne? Eine halbe Mille ist eine halbe Mille, jetzt lasst mich mal kurz was nachgucken, so, angenommen ist er, müssen uns ja die Zeit vertreiben und wir brauchen ja auch Geld, wir wollen ja später, wir müssen ja dann eine Kolonie nach Duna irgendwann mal schaffen, das wird ja auch alles teuer, kann ich Touristen editieren, oh ja, sowas von, okay, gut. Warte mal, zack, zack, nach dieser Spalte sortieren, Minmus, äh, ne, okay, zack, nach dieser Spalte sortieren. Touristen, so, wir haben noch ein paar Touristen, die auch fast alle schon unterwegs waren, es gibt noch einen Touristen, der war noch nicht unterwegs. So, und das ist ein männlicher Tourist, so wie das aussieht, und zwar hat sich dort, hoffentlich liest, findet er das, äh, ich werde das gleich mal wissen, die ganzen Touristen, die bei mir gestanden, kannst du einfach am Astronautkomplex entlassen, hat den Bug auch schon mal gut zu wissen, äh, schon mal durch die Space Camp Mission. Alles klar, gucke ich gleich mal nach, ähm, da hat sich nämlich der Kevin 0 6 0 9 0 1, ähm, als Tourist angemeldet und geschrieben, ihm ist alles völlig egal, das ist für mich okay so, ähm, also wo er hinfliegt, meine ich damit. So, und dann muss ich einen Touristen recyceln, naja, außer, also ich habe jetzt alle Touris mal durch, also wenn einer von euch gerne einen touristischen Ausflug machen möchte, mit einem eigenen Touristenkörbel, dann ist jetzt seine große Chance, hier, hier, hier zu schreien, ähm, und ich werde dann gleich mal gucken, wen von euch ich mitnehme. So, dann meine Touristen sind mir gerade ausgegangen, also zur Info, in der Liste im Excel-Sheet kann man sich nämlich auch, ähm, eintragen als Tourist. Papapapa, papapapa, da ich das nicht entscheiden kann und mehrere hier schreien, mache ich mal kurz den hier. Windsailor, okay, ähm, ich würde, äh, dann den Kerbel, Windsailor-Körbel nennen, ist das okay für dich, oder, ich kann den, also ich würde den auch auf männlich umstellen, außer du hast einen anderen Wunsch, dann musst du mir das jetzt mal sagen und ich würde zu lange mal diesem Tipp nachgehen und diese ganzen verrückten entlassen. Ha, ist ja witzig, wie, wie hast du die entlassen? Also ich kann die nämlich nicht entlassen in meinem Astronaut-Komplex. Das ist nämlich mein Problem, ich hatte das schon mal probiert. Bei mir kriege ich die nicht entlassen. Okay, gut, dann machen wir da den Windsailor-Körbel draus. Zack. Dann kann der mal Windsailor-Körbel schwupp. Anklicken, ja, ich hab die ja angeklickt. Also, ich zeige euch das nochmal. Wenn ich diesen Körbel anklicke, ich hoffe, man hört das Klickgeräusch, falls nicht, glaubt mir, ich klicke und ich habe auch kein rotes X auf der Seite. Ich kann die nicht entlassen. Aber ich könnte sie wahrscheinlich hier drüber irgendwie vielleicht nein, kann ich nicht. Ich werde die irgendwann mal alle in ein Raumschiff setzen und in die Sonne schießen oder so. Gut, wir haben aber unsere Touristen jetzt beisammen. Ich hoffe, das hat ein Vertrag auch so gesehen. Ich hoffe, der Vertrag updatet sich zu dem Thema noch. Wenn nicht, haben wir ein touristisches Problem mit dem Vertrag. Das wäre ja nicht so gut. Das wäre nicht so gut. Gut, ähm, trotzdem fliegen wir da jetzt mal hin und gucken, ob das funktioniert. Also, wir schicken die Tugis mal los mit einem Ach, verdammt, mit einem Piloten mit dabei. Da waren sie wieder meine 15 Probleme. Ich brauche einen neuen Piloten aus meiner Liste. Und zwar nehme ich da mal einen Ist-mir-egal-Piloten und von denen Ist-mir-egal-Piloten hat sich als allererstes... Lass mich kurz gucken. Hä? Der Marvin Körmen angemeldet. Hast du einen Editor für die Verträge? Äh, wahrscheinlich nicht. So, also ich brauche jetzt erstmal einen Piloten. So, also ich brauche jetzt erstmal einen Piloten. Hm. Ne, das ist nur Capcom. Ich meine, ich hatte auch mal einen Contract Editor. Ship Manifest. Hm. Das wäre jetzt ärgerlich. Da muss ich dann, glaube ich, die Körbels zurückbenennen. Hilft alles nix. Sonst funktioniert der Vertrag nicht. Äh. Hm. Äh. Aber wartet mal. Ich kann die Verbrauchstouristen einfach... Ha, 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 ha. Wartet mal. Vielleicht funktioniert das ja. Dann fliegen wir halt mit vier Touris. Ist mir doch egal. So, äh. Urli und Dudu. Dudu. So, äh. Wartet mal. Wir machen das jetzt von der Maßen. Wir nehmen nämlich einfach zwei von den anderen Verrückten. Obers Körmen. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt hier mit... Dudu Körmen. Apply. Und... Ron-Log. Ne, Katin war weiblich. Sehr schön. Edit. Oh, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich kann den einfach mit Alt-F12 auf fertig setzen, wenn ich fertig bin. So, wir probieren jetzt trotzdem mal, ob ich ihm sowas unterschieben kann. Dann fliege ich halt mal mit vier Leuten. Ähm. Ah, stimmt. Doppel D. Hat der Urli. Apply. Edit. Du. Dodo. So. Zack. Gut. Dann bauen wir uns doch ein Vertre... Ein Fliegding. Schaut er wirklich explizit auf die Namen. Ich hoffe, er schaut explizit auf die Namen. Das werden wir gleich sehen. Und wie gesagt, wenn nicht, finde ich eine schöne Idee von Yin. Ähm. Die kann man in der Zukunft ja sonst anwenden, wenn man solche Sachen on the fly editiert. Normalerweise machst du es im Safe Game. Da editiere ich einfach alle Stellen um, wo der Name steht. Inklusive dem Vertrag. Das geht natürlich nicht während dem Spiel. Ähm. Zumindest geht das nicht besonders gut. Deshalb. So. Müssen wir jetzt mal gucken. Wie machen wir das? Wir machen das... In den Salamander passen... Nee, in das Happy Command Module passen sechs Leute. Das wäre eigentlich ideal dafür. Hatte ich nicht schon irgendwas in die Richtung mal gehabt? Irgendwas mit Minmus. Bis zum nächsten Mal.